Hallöchen zusammen! Willkommen zurück in Ark auf Calguero. Ich hab's mal überlegt, wie's heißt. So, da wir hier noch warten müssen auf unserem Pipatz, aber auch noch Keratin brauchen. Passen wir zu dem Sattel. Keraton. Da haben wir, glaube ich, 75 oder so. Ja. Da haben wir 75 Piratin, da haben wir aber jetzt ein Problem. Weil wir könnten uns das Zeug von denen her. Da werden wir aber sicher im zweiten Mal vielleicht noch sterben. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir hier noch ein Schalentier finden. Ja, das ist alles klar. Das ist ein Kaffeln. Du, du ist sie? Ja, aber ich habe eine doo-dü-dü-dü-dü-dü. Ja, das wäre so leicht,osnähen. Aber ich habe es ein Schalentier. Grafen hat mich das gar nicht. Die Dinger, die wir bis jetzt gekriegt haben, haben wir von den Enkis gekriegt gezogen. Was brauchen wir denn von den Crossbowl? Heißen wir auf Deutsch Ampussding. Ampussding. Habe ich das wieder nicht freigeschaltet, als ich sie gefunden hatte im letzten Spiel? Bestimmt, wie wir erst noch freischalten. Der Po? Ja. 12 Punkte. Das wird nichts, wir haben bloß sie. Ich muss noch ein Schwert mehr erstellen. Naja, brenn mich ruhig über den Haufen. Okay. 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 Ich bin dafür bewusstlosig. Wahnsinn! Ich habe jetzt etwas gesammelt. Jetzt kann ich da durchlaufen. Schmerzen. Nein. Das Fleisch schmerzen. Nein. Was ist denn da? Was sind wir noch raus? Pferd. 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 Ich bin bei dir gar ca. Pferd. Pferd. D. Pferd. Okay, können wir uns hier trotzdem noch ein bisschen anschauen. Ich kann ja momentan nichts anderes machen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden macht er jetzt hier? Ich weiß nicht, wie ich das wagen sollte, den Engel anzugreifen. Dann griffst du es nicht. Es gibt noch Kerze. Ja, wir sollten vielleicht die Bitche rutschmachen. Ich glaube, die haben wir schon. Bitche. 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 Was ist denn das Ding? Ja, können wir uns mal durchstehen. Das ist Steine und Steine haben wir. Schlecken. Ja, können wir uns mal durchstehen. Und da. Ich bin drin. Zur Herstellung, bitte. Masern und jetzt in Leder. Jetzt kann man nicht hier vor Ort. Hälfte hier rum. Klickt. Ich denke, die Aufwand. Pasal. Ja. Wollt. Ausbeuten. Sie ist bumm. Mal. Schau mal. Zweimal. Schau mal. Schau mal. Das Wasser. Jetzt geht es langsam. So. Zwillen. Zwillen. Guck mal noch mal. Was ist denn was los? Ja, du wirst. Apropos, warte mal. Zwillen. Wendet man doch auch noch die Tür gut hin. Zwillen. 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 Versen. F Fahrer. Ja, nicht mehr. Was haben wir denn? Eine mit. Keratonsattel. So, müssen wir keine Platinen haben. Ist der Enki? Ja, passt gut. So Enki. Echt. Okay. 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 die andere nehmt ich auch schon das kennt man jetzt zum beispiel mit dem pc-rad ob es nicht machen, weil der schneller läuft was brauchen wir denn noch basern ja ein problem da liegen was muss hier mit mir das lösigkeit macht mir so nicht Dann hätte ich da noch mal losziehen müssen. Jetzt machen wir schon unseren Sattel. Jetzt machen wir mal unseren Para. Okay, unseren Sattel. Dann machen wir die Taschen leer hier. Jetzt hier noch was reinwärmen. Jetzt hier noch was. Das wir haben, das haben. So, Rasernfall und Stein. Jetzt geht das bitte. Auch da. Jetzt kommt die Stein schon. So. So. Wir sind dabei. Wir fahren tun wir nicht mehr. Wir brauchen die Probleme. Wir brauchen eine BV-Unschwindigkeit. Wir brauchen ein paar B-Ansammeln. Wir brauchen das für das Aushaltige. Das ist ein Kovach, ich habe einen Schiehl. Das ist ein Kovach. Ja. Keinen hauen wollte ich gerade sagen. Schon passiert. Trotz sei Dank ist Attara. Das ist ein Stein, ne? Das war ein sicherer Team. Da kann ich leben. Schau mal den hier an. Das ist 26. Lass den mal schnell rein. Dummen Vogel. Becken ist mein Geschmack. So. Dann hat er einen gegen hier. Das war voll ihr Rest. Das war voll Jerem. Und ich habe das nicht. Ich habe das auch nicht. Was hier so ein Pflanzenfresser ist, das ist echt der Wahnsinn. Aber ich schätze mal, das werden sie ja noch ab. Das Bedding-Sync macht auf dem Map. Und momentan wird es halt wieder an dieser Stelle ziemlich gut laufen. Ich kann natürlich versuchen, die Ceratops schnappen. Die Ausdauer geht bei denen fast gar nicht. Die Fliegen drin. Krass. Ich gehe hoch, was da hinten. Ich gehe hoch. 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 Schmeißen. Was ist da? Sind sie? Gepasst. 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 Schön. Gepasst. 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 Siehmeer Another Light. Gepasst. 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 das ist Willst du ihn? Das ist mein Zeug. Das können wir uns später mal noch ein betäuben. Jetzt probieren wir das selber mal mit dem Parasaurus noch aus. Und das ist los hier. Eine feine Sache. Eine tolle Zwille würde ich sagen. Eine tolle Zwille. 66. Jetzt hält er das auch durch. Das passt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.